Vati, was hat denn Mutti unter der Bluse? Das sind zwei Luftballons und wenn sie mal stirbt, fliegt sie damit in den Himmel. Vati, Vati, ich glaube, Mami stirbt. Wie kommst du denn darauf? Der Briefträger war gestern da und hat ihre Luftballons aufgeblasen und Mami hat immer geschrien, oh Gott, oh Gott, ich komme.